Willkommen zurück zu Yoshi's Island Und wir gehen in das nächste Level Eine neue Welt hat sich uns eröffnet Da gehen wir rein, da gehen wir rein Klar gehen wir da rein und das machen wir jetzt auch Ab geht's zum nächsten Level Blizzard, oh mein Gott Ein richtig erschreckender Titel Was sollte man jetzt sagen, dass es hier viel schneit? Ja, es geht schon los Es geht schon los, oh je Das nennt mich irgendwie ein bisschen Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Bist du bescheuert, du blöde Lakitu? So ein Trottel Oh mein Gott Ich dachte jetzt ehrlich nicht, dass der mich trifft Aber wie man, nein, wie man sieht Hat er mich getroffen, dann komme ich da jetzt noch hoch Ja, klar komme ich da noch hoch Sehr schön, ich dachte jetzt schon Es wäre alles vorbei, aber Oh mein Gott Ja, als ob, als ob Als ob Klar Oh mein Gott Hey Stirb Du blödes Ding, du blödes Oh mein Gott Diese Lakitus, die sind mir einfach ein Dorn im Auge Ich kann es nicht oft genug sagen, aber es ist einfach so Die machen mir das Leben zur Hölle Ich will doch einfach nicht Ich will einfach nicht Versteht ihr das? Ja, ich glaube ihr versteht das alle Dass man sich mit diesen Lakitus einfach nicht anlegen will und kann und man muss es trotzdem Man muss es jedes Mal wieder Und immer sind die irgendwie anders Einmal spucken sie, ähm Werfen sie Feuer, einmal werfen sie gar nichts Einmal haben sie eine Angu Dann haben sie wieder komplett was anderes Also Was haben die sich denn da bloß alles einfallen lassen? Ja, wenn die früher doch schon so Ähm Ja, wie sagt man So einfallsreich waren Warum sind sie es heute nicht mehr? Warum sind die Entwickler heute so faul? Ja, es kommt nichts mehr Neues irgendwie Und damals haben die vor Ideen gesprießt Und es gab jede Menge neue Sachen zu machen Und hier gibt es absolut keine rote Münze Und das ist absolut traurig So, gib mir irgendwas, komm Ja, als ob Als ob Komm, ich brauche wenigstens noch einen Oder am besten noch zwei Denn ich habe nur jetzt drei Eier Wenn ich ihn töte, habe ich keins mehr übrig Und ich denke, da unten ist irgendwas Wenn der schon da so Ja, habe ich es doch gesagt Wenn der da einfach unten so rumgammelt Dann weiß ich Da unten ist meistens irgendwas So, gibt es hier irgendwas? Nö, gar nichts Okay Ja, und jetzt fehlt mir natürlich wieder ein Ei Ist klar Ist klar Und dann werde ich von oben attackiert Mit irgendwelchen Felsbrocken Okay Ich denke, da hinten waren nur Sterne, oder? Ansonsten muss ich leider nochmal zurück Oh, nö Och, nö Ich will jetzt nicht nochmal zurück Da unten ist noch ein Shy Guy Ach, ich weiß nicht Ach, komm Ich gehe es nicht zurück Nee, komm Wir lassen es Wir lassen es Da oben ist auf jeden Fall Eine Blume Und der Felsbrocken hat mich sogar erwischt Und ich dachte, mir passiert jetzt da irgendwas Aber mir ist da gar nichts passiert Mir ist da einfach nichts passiert Was seid ihr für welche? Ihr seht ja lustig aus Was seid ihr für lustige Biber? Oder Pinguine? Oder was auch immer Da gibt es ein Bonusspiel Okay Aber da will ich nicht rein Da Na Och, come on Ich wollte da nicht rein Ich habe extra nach links gedrückt Und dennoch bin ich drin gelandet Ja, komm Okay, okay, komm Ach, nein Wieso Wieso gerade Das Spiel? Warum nicht irgendein anderes? Das kostet mich jede Menge Zeit Und die Zeit habe ich doch gar nicht Und die Zeit will ich auch gar nicht haben Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes Mal schauen, ob wir es gegen diesen maskierten Lumpen kriegen Wobei er echt schnell ist Man löst die Tastenkombinationen wirklich Ach, verdammt Wirklich sehr schnell Man muss auch die Knöpfe gut im Gedächtnis haben Denn ansonsten hat man hier gar keine Chance So wie ich gerade Also ich habe mich jetzt gerade verdrückt Aber die Tastenkombinationen sind gar nicht so einfach Also sie werden auch immer schwieriger Und der ist ja Kein Problem Der kriegt es lockerlässig hin Der schaufelt es aus dem Ärmel wie gar nichts Total unfair Das ist wirklich ein total unfaires Spiel Also Muss ich schon sagen Muss ich wirklich sagen Also hier geht es überhaupt nicht mit Fairness zu Deswegen verliere ich das auch jedes Mal Und deswegen habe ich überhaupt keine Lust mehr Auf diese bescheuerten Bonuslevel Egal Wir haben ja dadurch kein Leben verloren Sondern haben höchstens an Erfahrung gewonnen Und da ist eine Röhre Aha Aha So, und was gibt es hier? Und was gibt es? Ach nein, einen Hubschrauber, oder? Ja Was denn sonst? Außer einen Hubschrauber Was denn sonst? Ja, wenn ich das gewusst hätte Hätte ich das jetzt nicht gemacht Und da gibt es noch rote Münzen Ach, come on Gibt es hier noch welche? Ja, ich denke, da gibt es keine mehr, oder? Ne, komm Ich breche das jetzt ab und fliege nach oben Oh mein Ja, als ob Wie will man denn das in einem Versuch schaffen? Wie? Also das ist ja schon Ja, das ist unmöglich Das ist absolut unmöglich Und unmenschlich Beides zugleich Oh mein Gott Tja Da sieht man mal wieder Da sieht man mal wieder Dass Nintendo ihre Versuche Als sie das Spiel getestet haben Ach, die haben das locker hinbekommen Lockerlässig Haben die das aus dem Ärmel geschüttet Weil die wissen ja schon Wo diese verdammten roten Münzen sind Naja So, sind wir jetzt Ja, wir sind im Untergrund Okay Da gibt es wenigstens noch ein paar Sterne Das ist doch schon mal was Schönes Ja gut, okay Ich muss jetzt die Blume irgendwie los Äh, die Melone irgendwie loswerden Habe ich in dem Fall auch geschafft Denn die Melone hilft mir jetzt eigentlich hier Nicht viel weiter Kann ich da nicht rein? Nö, kann ich nicht Und da ist nochmal eine Melone Okay Hätte ich die jetzt nehmen sollen oder nicht? Oh mein Gott Bist du bescheuert? So ein bescheuertes Ding Das wollte mich gerade wegspicken Hallo? Nee Nicht mit mir Da oben ist ein Checkpointkreis Aha Kann man also nur erreichen Wenn wir da hochgehen Hm Bisschen schlecht gemacht, finde ich Also Hm Hätte es nicht unbedingt sein müssen Stürzt da oben irgendwas runter? Ja Okay Ich brauche jetzt einen von denen Ah, das hilft nichts? Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Vorsicht 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 Bitte Einmal vorsichtig Ah ja Ja Verschwinde Okay Perfekt Ja das wird nichts helfen So Hau ab Danke Mit so einer Melone in der Fresse ist das gar nicht so einfach Fällt mir gerade wieder ein Ich weiß auch gar nicht warum ich immer wieder in den Nähen Wahrscheinlich wegen den Gegnern oder Mir fehlen auf jeden Fall Na ich wollte gerade sagen mir fehlt ja noch ein paar Blumen Aber hier war ja zum Glück eine So weg mit dir Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das wäre jetzt fast schief gegangen Okay Nur Münzen Nur Münzen Alles klar Gut Dann gehen wir wieder nach oben Ich glaube drei Blumen fehlen uns jetzt aber Darum ist auf jeden Fall Oh mein Gott wie es hier Nein Wo ist er hin Wo ist er hin Nicht dein Ernst jetzt oder Nicht dein Ernst dass du jetzt einfach abgehauen bist Doch Da Okay aber ich glaube das war nicht der Richtige Ich glaube das war nicht der Richtige Wir werden es ja gleich sehen Ich gehe jetzt nochmal zurück Vielleicht respawnt er ja nochmal Normalerweise bei den Scheiger ist mit den roten Münzen Respawnt gar nichts Ne da respawnt gar nichts Okay Okay aber da ist nochmal einer Da ist nochmal einer Bam Bam Und getroffen Alles klar Alles klar So Geperdes Danke Aber den da unten den kann man nicht töten Den kann man einfach nicht töten Ich brauche nochmal so ein äh Stachliges bitte Danke Und bam Und bam Und bam Weg mit dir Ach nicht schon wieder du Nicht schon wieder du Bitte Ach komm Oh da ist nochmal einer Da ist nochmal einer Oh Gott das war knapp Oh mein Gott war das knapp Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Jetzt willst du irgendwie Nicht so recht laufen Vor allem mit diesem behinderten Lakitu da Der macht mich hier total irre Oh Gott Oh mein Gott Na kann ich den nicht essen Ich wollte den noch essen So aber jetzt Was gibt es da drin Münzen Ich soll da hoch Ja WTF Das Level wäre auf jeden Fall beendet War ein sehr schwieriges Level Also mit Schnee Also mit Schnee sowieso Da geht es mir überhaupt nicht gut dabei Aber okay wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Und sogar ohne zu sterben Am Anfang habe ich noch gedacht Okay ich sterbe jetzt sofort Aber nein gar nichts Es ist nichts passiert Es ist nichts passiert Gut 96 Punkte Klingt doch gar nicht schlecht für den ersten Für das erste Level hier So was haben wir denn Item Okay eine Item Chance Haben wir Wir können dann sogar abbrechen Wenn wir wollen Oh nein das ist das mit Kamek oder Und BÄM Kamek Na Ja Okay BÄM Ja gut Hier Auch gut Okay Beenden wir das Ja Lassen wir das Lassen wir das Komm Vier Stück Sehr gute Ausbeute Schade dass sich die restlichen Bilder nicht umdrehen Mist Egal Oh nein Wir befinden uns hier tatsächlich in einer richtigen Schneewelt Schneewelt Nein Wieso Ah ja Ja das trifft sich hervorragend Dann löst sich da auf einmal so ein So ein Ja so ein Schneeball Und ähm Kein Mensch weiß wieso Wie zum Teufel soll ich da oben hinkommen Wie zum Teufel komme ich da hin Hä So verschwinde Da oben ist auf jeden Fall eine rote Münze Und da nochmal eine Und in der Mitte ist nochmal eine Aber wie soll ich da hin Irgendwas vergessen Oder Nicht Ich komm doch da gar nicht hin Wie soll ich das anstellen Äh Sehr sehr schwierige Frage Auf die ich bis jetzt noch keine Antwort weiß ich Wenn ich wenigstens ein Ei hätte hätte ich es mir abknallen können Aber ich hab leider kein Ei Okay da waren auch nochmal zwei Stück Oh komm hoch Komm hoch Komm hoch Hä Brauch ich dazu irgendwas Ich nehm jetzt mal eine von Einen von denen mit Ja klar komm Als ob Als ob Ich hab kein einziges Ei Ich kann mich nicht verteidigen So verschwinde Komm Weg da Weg da Weg da Weg da Geh mir aus der Sicht Wieso komm ich da nicht hoch Ich komm da nicht hoch Was mach ich denn falsch Okay der respawnt jetzt gleich wieder Okay Ach nein Moment Moment Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Am Anfang kam doch so ein blöder Schneeball runter Ja genau Genau Ja okay Okay Ich hab's kapiert Ich hab's kapiert Der wird nämlich immer größer Stimmt Der wird immer größer So Walz ihn platt Danke Los nicht zu weit bitte Yes Okay Gut Ja okay Die müssen wir jetzt bis zum Schluss rollen Dass wir nämlich auf den kleinen Vorsprung da oben kommen Den wir so nicht erreichen Aber so erreichen wir ihn ja also Geht doch Geht Wieso ist hier schon ein Checkpoint Ist das Level tatsächlich so kurz Dass man hier gleich ein Checkpoint hinsetzen muss Okay Okay Komm ich da so hin Weil ich will jetzt ehrlich gesagt Nicht mein Ei dafür opfern Ne Da kommt man hin Hä Bam Und ein Schalter Ach so Okay Okay Ich verstehe Ich verstehe Oh mein Gott Oh mein Nein Ja Genau Als ob Als ob Okay Sehr schwieriges Level Das geht wirklich schon verdammt gut los Allein schon mit diesem ganzen Kauderwelsch Was hier ist Oh meine Fresse Das wird noch böse enden Das wird doch Hier ist nochmal ein Checkpoint Ja ich denke Da gab es halt noch Gab es halt noch ein paar Blumen Und so gab es da drin Man kann mir das nicht anders erklären Warum da jetzt Ja So Ja warum es da so hektisch zugegangen ist Es waren ja auch sehr viele Wolken oben Also das heißt Auf jeden Fall Gibt es da noch was zum Einsammeln Leider habe ich das jetzt ein bisschen verplant Aber okay 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 Wir machen ja nicht mehr die 100% Deswegen ist es ja alles halb so wild Wer es nicht gesehen hat Unbedingt nochmal Auf den letzten Part War es im letzten Part Oder vorletzten Part Ich weiß es gar nicht mehr Und jetzt kommt er hoch Yes Gut Und weiter Und weiter Da ist nochmal ein Checkpoint Ja WTF Also ist dieses Level eigentlich doch länger als gedacht Jetzt komm schon zurück Kommst du nicht mehr Oh mein Gott Kommst du nicht mehr zurück Nee Kommt nicht mehr zurück Nee Das ist aber unfair Das ist unfair Dass das Ding nicht mehr zurück Kommt Nein Ja klar Als ob Alter Als ob Ich lebe noch Ich lebe noch Aber Mario kriege ich nicht mehr Oder Doch 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 Oh mein Oh mein Gott Oh mein Gott War das knapp Oh mein Gott Ich konnte jetzt nicht springen Ich weiß aber nicht wieso So Verschwinde Okay Jetzt bloß Nichts falsch machen Nee Hier kann man nicht wie eine Menge falsch machen Und ich dachte ehrlich gesagt Das Level Wäre jetzt eigentlich schon fast vorbei Aber da ist Das Ziel Ja also geht doch Geht doch Wir haben das Level jetzt Sehr sehr viel abgekürzt Dadurch nur Dass ich so dumm war Und runter geflogen bin Und ich dachte ich sterbe Okay Okay Bisschen Glück muss man natürlich auch haben Ja Ja Auch ich habe ein bisschen Glück verdient Oder Was meint ihr Auf jeden Fall Boah 47 Punkte Bisher glaube ich schlechtestes Ergebnis von allen Und schon wieder ein Bonusspiel Oh mein Gott Was soll das Oh ne Nicht schon wieder Wister Ach nö Ach komm Bring mir schnell hinter uns Komm Ich gewinne bei diesen Spielen sowieso nie Also plus Null oder Ja Tatsächlich Ja was denn sonst Was denn sonst Letzt mal war es auch plus null Warum jetzt nicht auch plus null Super Yoshi Dafür gibt es wenigstens ein One-Up Geil Vier Nein Fünf Strich Drei Nicht vier Strich Drei Fünf Strich Drei Das durfte Pinguine So wie das aussieht Danger Aha Okay Immer ist alles Danger Immer ist alles gefährlich Und immer irgendwas mit Eis So verschwinde Ach okay okay Das Level kenn ich Das Level kenn ich Das Level kenn ich Oh mein Gott 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 Jetzt ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Jetzt beruhigt dich doch da hinten Ja wie komm ich denn An den da ran So Ja tatsächlich Tatsächlich Ja Hahaha Man hätte jetzt auch theoretischerweise durchschwimmen können Aber das hätte mir glaube ich zu lange gedauert Deswegen Ja ist es besser dass wir es so machen sollen Ja als ob Als ob Ja jetzt komm schon Triff doch da rein Ja was Ja alt Der war doch drin Hey Ja okay Okay Oh nein Und Komm her Komm her So Jetzt nehme ich halt den Pinguin Ich nehme den Pinguin Ja ja endlich Gut Perfekt 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 So stirb Gut 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 Und weiter 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 Und perfekt Alles klar Hätten wir alles gekriegt Bis auf zwei stück Aber nur Nein Es gab noch kein checkpoint oder Ne das hätte ich mitgekriegt Ne gab es nicht Okay dann eben noch mal alles von vorne So wie hier auch jetzt Ähm Okay ja ich glaube ich lasse es dann einfach oder Mit dem Mit dem Fragezeichen Mit der Fragezeichen Wolke Oder Nicht Bäm Okay Hat geklappt Hoffentlich bin ich jetzt kein Eisblock Kann man das hier werden oder nicht Ähm Ja jetzt sollte ich halt nur da irgendwie Rauch kommen Ach so jetzt Okay Funktioniert 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 Alles klar Kein Problem Kein Problem So hier müssen wir unbedingt aufpassen Unbedingt aufpassen Unbedingt aufpassen Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat mich gerade gerettet So ein Idiot So ein Trottel Oh mein Gott ist der dumm Hahaha Tja Ich sag ja Ich muss auch wenigstens mal Glück haben Und jetzt verschwinden Du blöder Fisch Die schauen alle so wirscht aus Die schauen richtig hässlich aus Was haben die sich dabei gedacht Also ich meine es gibt viele Schlecht aussehende Gegner In dem Super Mario Universum Aber der Fisch jetzt Von Yoshi's Island Der ist glaube ich mit Abstand Der Schlimmste Also so vom Vom Hässlichkeitsgrad her Ist der eigentlich die Nummer 1 Also der jetzt wo jetzt Ähm Immer übers Wasser springt Nicht der wo einmal hoch springt Sondern der wo ständig übers Wasser springt Verdammt Ich hätte es lösen müssen So weg Und weg Gut Weil sonst geht es nicht weiter Ja So da oben sind bestimmt Zwei rote Münzen drin Ich glaube die könnten ja auch Mit Eier Ne mit Eier geht das nicht Ich habe es ja vorher versucht Es geht ja gar nicht mit den Eiern Okay 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 Gut Wir hatten zum Glück noch die Rote Melone in der Fresse Das gibt es schon ein bisschen einfacher Und was erwartet mich jetzt hier Und ist auf jeden Fall ein Checkpoint Da unten ist ein Checkpoint Nur ich habe folgendes Problem Ach Ich wollte gerade sagen Ich habe keine Melone Aber da war ja eine drin Hahaha Okay 20 Sterne jetzt erreicht Oh nein Oh nein Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da unten Ist ein Stern Na dann Mario Gib Gas Dann gib Gas Okay Okay Nein komm Nein Mist 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 Ich hätte es fast geschafft Aber dann Doch irgendwie Nicht Ja mit Baby Mario Hätten wir uns hier ein bisschen Leichter getan Als ohne Soll ich da jetzt reingehen oder nicht? Doch ich gehe da mal reinkommen Ich gehe mal in die seltsam aussehende Tür Mitten auf dem Weg Oh Gott Was erwartet mich hier schon wieder? Was erwartet mich bitte hier schon wieder? Ich habe ein sehr sehr ungutes Gefühl Ein sehr ungutes Gefühl Vor allem wenn da oben noch eine Röhre ist Ja Ich habe es gerade gesagt Und ich habe Das ungute Gefühl hat mich nicht getäuscht Und schon wieder so eine behinderte Schwebe Seilbahn Nein Was war das bitte? Ich bin auf dem Knopf geblieben Aber er ist trotzdem nicht gesprungen Okay Okay Müssen wir das verstehen? Mh Müssen wir nicht Müssen wir gar nicht So da oben gab es noch Ja genau Rote Münzen gab es hier Ich muss mich jetzt einfach mit Mario beeilen Ja jetzt Komm schon raus Jetzt auch Und los geht's Los geht's Renn Baby Mario Renn Ich weiß du tust dir auch schwer auf den Als ob Als ob das Ja bestimmt Habt ihr die Zeitspanne gesehen? Das war doch keine Zeitspanne mehr Das war Ne Ach ne Nicht schon wieder das hier Oh come on Goooon Nein Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja da komme ich ja gar nicht weiter Also ich muss ja eigentlich hier rein Denn ansonsten könnte man Geradeaus mit Mario weiteren Wenn er noch den Superanzug hatte Äh An hätte Also den Supermananzug Den hatte er aber nicht mehr Da wir einfach wieder mal zu langsam waren Ja Was denn sonst Was denn sonst So jetzt müssen wir wieder dahin Oh come on Ich will das hier nicht machen Ein Fehler Und man ist sofort tot Und deswegen ist es gerade so traurig Und die blöden Schneemänner Kann ich eben nicht aufessen Ne da weigert sich Yoshi Das ist ihm zu kalt Hä wo ist der Schneemann hin Okay Okay Dann eben nicht Dann eben nicht Oh mein Gott Jetzt ist er schon wieder nicht gesprungen Aber ich konnte es noch handeln Ich konnte es gerade noch so schaffen So Weiter Und hier am besten gar keine Zeit vertrödeln Außer hier Außer hier Hier gibt es nämlich noch ein paar Eier Jetzt verschwinde Kau ab So Oh mein Gott Okay Okay Bam So ein Ei noch übrig Ob mir das jetzt noch was helfen wird Weiß ich nicht Oh Gott Was mache ich mit einem Ei Was mache ich mit einem Ei Okay Oh nein Ach come on Hey Vor dem Ende Oh Gott Also der Gegner ist wirklich mit Abstand der Schlimmste Er wurde so brutal scheiße programmiert Da Ne Ne Da kann man sich einfach nur grün und blau ärgern So ich brauche jetzt unbedingt Speed Ich brauche jetzt unbedingt Speed Jetzt Und los geht's Mario Komm Komm Ich will es schaffen Ich will es schaffen Ich will es schaffen Yes Komm Komm Weiter 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 Nein Was machst du Ja Okay Perfekt Ich hoffe das war jetzt so eine Art Abkürzung Aber es sieht gut aus Es sieht gut aus Oh mein Gott Was ist das für ein verrücktes Level Was soll das Blöcke darstellen Seid ihr alle bescheuert Ne Ne Da fehlen mir die Worte Da fehlen mir absolut die Worte Ich sag dazu einfach nichts mehr Also zu dem Level Hülle ich mich jetzt in Schweigen Und dann kommt auch noch ein Hubschrauber Ich glaube ich hänge Ich glaube ich hänge Das darf doch nicht wahr sein Wollen die einen Wollen die einen mit Absicht fertig machen Da kommt ein Hubschrauber Dann kommt noch das Ja genau Stell dich mir in den Weg Mhm Ist schon okay Oh Gott Down 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 Los 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 Jetzt Okay Oder war das nicht eine Abkürzung Wenn ich jetzt an dem Rohr An dem An der Röhre Verdammt Ich kann dazu jetzt einfach nichts sagen Ne Dass wir gerade vorher gestorben sind Das wort mich jetzt sowas von dermaßen Und dass ich jetzt alles wieder machen muss Ist doch einfach nur schrecklich Es ist schrecklich Es ist schrecklich Und Menschenquälerei gleichzeitig Also ihr könnt euch jetzt aussuchen was es ist Ich sage Es ist absolute Menschenquälerei Also dieses Game Jetzt muss ich nämlich alles wieder darüber Alles wieder darüber Die Münzen brauchen Äh die Eier brauche ich jetzt hier wieder Auch wieder Weil Ja bist du bescheuert Geh weg da So ein dummes Viech So Okay Okay Ja und letzte Okay alles klar So und jetzt bitte nichts falsch machen Bitte nichts falsch machen Oh die Pinguine sind schon übelst Also die Pinguine sind fies Die sind richtig fies So war denn das Hier Ja genau Du blödes Viech du Aber nicht mit mir So ist es Ist dieses Level jetzt endlich vorbei Wenn es jetzt nicht vorbei ist Dann Was ist jetzt Hä Jetzt habe ich Skia an Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Oh mein Gott Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Nicht beim ersten Versuch Ja genau Genau Dann springe ich noch über die Blume Alles perfekt Ja Ist klar Ist klar Ja Genau Ja Ihr habt euch hier wirklich Selbst übertroffen Wirklich Ein sehr sehr langes Level Und es nimmt einfach kein Ende Es nimmt einfach kein Ende Was soll das Was soll das Was soll das Dann springe ich in meinen sicheren Tod Oder Ja ich wollte gerade sagen Also wenn ich jetzt in den Tod gesprungen wäre Dann hätte ich euch das nie verziehen Nie So jetzt komm jetzt sei endlich zu Ende Bitte Das darfst du nicht wahr sein Ich bin noch nicht so hoch gelaufen Dass ich jetzt wieder alles runterfahren muss Ich glaube Oh Gott Ich glaube das nicht Ich glaube das nicht Wenn mir jetzt irgendwas passiert Ich glaube dann raste ich aus Ich glaube dann raste ich aus Komm jetzt bitte 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 Joschi Geh einfach ins Ziel Einfach ins Ziel Ne Ich glaube das Ziel will die Leute nicht mehr Das Ziel kommt nicht mehr Geht es jetzt immer noch weiter Ja endlich Das darf doch nicht wahr sein Wie kann man nur so ein Level machen Seid ihr verrückt Und natürlich wieder ein Bonusspiel Ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden Aber naja Okay dann machen wir eben noch den Bonus Ist natürlich logisch Sterne hätten wir alle Zwei rote Münzen nur vergessen Und eine Blume Okay die eine Blume habe ich verpasst Und die zwei roten Münzen machen wir wahrscheinlich jetzt da bei der Skiabfahrt Also sollte man eigentlich gleich hinkriegen Ach schon wieder Okay So wieder das gleiche Bonusspiel wie vorher Wahrscheinlich jetzt kriege ich jetzt gleich Kamek oder Nee Okay 20 Ja Ja jetzt habe ich Kamek Super Großartig Einfach perfekt Perfekt Naja Die ganze Aufregerei hat trotzdem nichts gebracht Wir sind jetzt endlich beim Boss angekommen Aber das sehen wir erst im nächsten Part Ich bedanke mich fürs Zusehen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat Abonnieren nicht vergessen Und bis bald Und tschüss Bis bald Im nächsten Mal Bis bald Bis bald Bis bald Kris ērt